es ist mir, Krishooooooon! Mahlzeit Freunde und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Ausgabe Nummer 37 Ja wir schreiten nochmal schön weiter voran hier in diesem Spiel und ähm ja heute habe ich mir folgendes gedacht nachdem ich mir ja nun mit der Diebesgelde anscheinend verscherzt habe wie das aussieht ähm Bedingt nun daran interessiert mich der dunklen Bruderschaft zu widmen einfach um Urzitzro wieder zu treffen weil ich mag den Kerl einfach und ähm aber zuerst möchte ich erstmal zurück nach Weißlauf denn ich möchte erstmal zweiter weiter höher kommen ähm ich werde heute warte man hier für die Quest hier achso Bruders weiße Fläschchen in deinem Besitz genau das machen wir später ähm wir reisen erstmal nach Hause so und lassen erstmal weiße Fläschchen sein denn ich möchte heute erstmal ein paar Level höher schrauben ähm mich hier äh ich heute versucht auf Level 20 zu kommen die kann jetzt ein bisschen dauern all dies möchte ich heute auf eine eher unrühmliche weise schaffen denn ich habe bei mir äh dank welcher Mods die Möglichkeit Sachen zu schmieden für die ich keine Items oder keine äh Dings benötige und genau das möchte ich heute machen ähm ich gebe zu es ist etwas unehrenhaft ja ähm aber ich möchte zumindest Level 20 erreichen und ich habe hier irgendwo bei den D3 Sachen wahrscheinlich warte glaube ich halt Sachen die kann ich tatsächlich hier zum Beispiel ja so eine komische Kapuze hier kann ich mir schmieden ja und schon gehen die Skills etwas nach oben ähm und das möchte ich jetzt machen bis ich zumindest Level 20 erreicht habe weil diese komischen äh ja Hüte hier oder diese komischen Kapuzen hier äh die Ketten verkaufen im Wert von 1000 ich weiß das ist jetzt ziemlich geschummelt ich bin noch nicht stolz drauf aber ich möchte jetzt hier mal langsam vorwärts kommen deshalb wird jetzt hier erstmal ordentlich geschmiedet eine Stufe weiter weil ich möchte auch langsam die Questreihe von Dämmerstern äh mal beginnen und da braucht Level 20 für nein nicht herstellen so dann steigen wir mal auf neue Stufe machen wir mal Gesundheit Ausdauer ok so und gehen natürlich auf Schmieden Schmiedekunst haben wir jetzt wieviel Punkte wir können zwei Talente verbessern äh doppelt so effektiv machen ähm haben wir schon mal gucken was haben wir denn noch schön das Arcada Schmied elfische Schmiedekunst verstärkte Rüstung können wir machen wir haben 65 Punkte erfordert 50 was haben wir noch ich muss mal kurz gucken äh zwergische Schmiedekunst ja das könnten wir vielleicht auch nehmen wa ja also ich hab jetzt aus drei aus drei Punkten kann ich auswählen du kannst magische Waffen und Rüstung verbessern wir können also zwei Talente ich würd mal sagen wir machen die zwergische Schmiedekunst frei und hier drüben verstärkte Rüstung so ich hab mein Level 20 erreicht äh und jetzt muss ich nur noch zusehen wo ich meine Sachen verkauf kriege ich glaube mit der DBSKL hat mich verscherzt orkische Schmiedekunst aber ich kann keine weiteren äh so gucken wir mal ob sich irgendetwas verändert hat hier wir haben zwergische zwergisch können wir jetzt machen vielleicht noch irgendwelche uiuiui guck mal an ich hab mir tatsächlich noch einige Mods drinnen die ich äh vorher noch gar nicht hatte oder nur die ich gesehen habe hehehe geil da brauchen wir wieder einige Materialien für dann müssen wir ein bisschen sammeln gehen und jetzt haben wir hier die Standardausrüstungen was zwerge betrifft aber hier oben die Sachen da sieht ja schon ziemlich nice aus ne also da könnte unsere Kala von Simdor schon richtig hot drin aussehen da brauchen wir aber echt äh einige Materialien die ich jetzt noch nicht so wirklich habe habe ich das Gefühl gut da muss ich ein bisschen ähm ja ein bisschen weiter schmieden so ähm aber was da war ich schon richtig weil ich schon bescheid sagt ich kann das richtig machen ähm derer und dann nochmal hier die komische Boots hier was ach so hier da hast du nochmal machen wir hier unsere Sachen nochmal herstellen hier ein paar Talentpunkte einsacken alter Falter 75 ja jetzt komm jetzt machen wir mal die scheiß Schmiede kurz auf dem level 100 hier oder zuerst mal auf level 80 ein Hund super ich wusste gar nicht dass ihr einen Hund habt natürlich ich liebe Hunde kann ich kann ich das Tier behalten aber natürlich natürlich sicher wenn ich ihn nicht brauche kann er bei euch bleiben das ist der Wahnsinn vielen vielen Dank ich kann Kinder einfach nicht enttäuschen der geht nicht der kriegt nicht fertig und der freut sich garantiert genauso über Hunde als Haustier wie ich von daher so also wir können wieder machen wir unsere Magiker hier erhöhen unsere Ausdauer mal erhöhen und Schmiedekunst können wir nochmal zwei verbessern und das heißt wir gehen jetzt diesmal hier auf Orkische Schmiedekunst und auf Arkana Schmied so schauen wir uns mal an was wir jetzt bei Orkische frei haben weil ich hab ja wie gesagt einige Mods hier drin aber ich denke mal oh Orcasium aber ich weiß jetzt nicht ob das Mod ist aber wie das aussieht schon Lederstreifen Eisenbarren Ulrich Kalkumbarren ach guck mal an und auch hier wieder die Standardsachen sehr schön so ich werde erstmal die ganzen komischen Mützen hier die ich jetzt hier habe einfach mal in der Truhe packen äh die brauchen wir erstmal nicht ich muss mal gucken wie viel wir jetzt da voll überhaupt gecraftet haben ich packe jetzt einfach hier hin das ist mir ja das ist bestimmt unter Bekleidung von uns da ist sie 68 Stück haben wir davon äh legen wir ab das heißt wir kriegen 68.000 Gold und hier auch nochmal 54 Alter haben wir die alle verkaufen sind wir gemacht Alter sind wir gemacht Leute hier ja eine sehr unährenhafte Aufgabe um hier aufzuleveln den Säger ein aber wir haben äh zwei weitere ähm halt warte mal stopp zurück ich will ja die äh die die Dings starten die dunkle Bruderschaft starten dazu muss ich mir jetzt schlafen liegen wir haben jetzt inzwischen genug Fußweg hinter uns genug Abenteuer erlebt der vor Zeiten aus unserer Kala von Simsi mal ein bisschen ins Bett packt und schläft Ehre sei mit euch mein Tag ja wir schlafen jetzt acht Stunden und äh jetzt sehen wir schon aha hier stimmt was nicht da jetzt los genau das wusste ich zum Glück noch gut geschlafen mhm warte äh wo bin ich äh wer seid ihr äh äh ach scheiß drauf ich kann nicht schauspielern haha ist das wirklich wichtig ihr seid im warmen und im trockenen und noch immer lebendig das ist mehr als man über die alte Greloth sagen kann hm äh davon wisst ihr halb Himmelsrand weiß davon eine alte Hexe die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird so etwas spricht sich normalerweise herum bitte versteht mich nicht falsch es war saubere Arbeit das alte Weib hat es nicht anders verdient und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Sträuche gerettet es gibt da aber ein kleines Problem mhm ich schweig einfach mal lieber seht ihr dieser kleine Aretino Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht nach mir und meinen Verbündeten Greloth die gütige war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft ein Mordauftrag den ihr gestohlen habt ein Mord den ihr zurückzahlen müsst Alter ihr habt jetzt 37 folgen dank denpas dann den Bagel nicht besucht Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt. Darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Ich glaube, die hat kein Knochen in ihrem linken Behen, wie das aussieht. Na gut, okay. Dann werde ich einen von... Ne, ich schweige. Soll ich euer Schwein... Dann wisst ihr also, wo wir stehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. So, jetzt haben wir die drei Leute, die hier sterben sollen. Alle mit so wunderschönen Panischerhut auf dem Kopf. Aha, geil. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Wer seid ihr? Ich heiße Fultal. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Sölten. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand. Wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Würde euch jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Antwortet oder ihr werdet sterben. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Strenge geschlagen. Aber Krieg ist Krieg. Richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Okay. Was habe ich getan? Nehmt mir diese Sachen ab. Wer seid ihr? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Okay. Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ein letztes Mal. Würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten? Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Okay, die ist einfach nur... Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus. Die ist bloß ein bisschen aufmüpfig, weil sie Angst hat. Und ihr als Söldner... Hm... Ja, schwer zu sagen, ne? Aber ich glaube, er hier... Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge. Dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Okay, wer bist du? Ah, Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Wer würde euch töten, wenn man ihn dafür bezahlt? Mich? Ist das euer Ernst? Antwortet, oder ich streiche diesen Raum in eurem Blut. Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Tores. Ein Messer an meiner Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Naja, ich denke mal, ein Töchter Schänder und der Kino Reue zeigt, ja, da kann man, denke ich mal. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Vergiss es. Der hinterhältige Kajid. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Und wer war's? Wer hatte den Auftrag? Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl gefolgt habt. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet, still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Naja. Dann lassen wir mal die anderen in Ruhe. und verschwinden hier aus dieser Gegend hier. So, damit haben wir jetzt die Quest der dunklen Bruderschaft begonnen. Aber, ich möchte jetzt erstmal nach Dämmerstern, denn dort erwartet uns die Quest mit den Dedras. Ähm, auf die folgt man schon richtig. Dämmerstern. Also mal wieder Feinde in der Nähe. Sehr schön. gerade jetzt wieder irgendwo irgendwelche Spinnen oder sowas. Noch ein Versuch. So, jetzt aber. Dann schauen wir mal. Erstmal ein Stück weit kalte trinken. Wenn ich jetzt schon mit der Dämmerstern-Gilde verkackt habe, machen wir diesmal die dunkle Bruderschaft. Und jetzt müsste hier im Dämmerstern-Museum der Typ da vor der Tür stehen und wir können die Quest irgendwie anfangen. Weil, auf die bin ich richtig scharf. Weil die D3-Herzen zu klauen um bestimmte Herzen herzustellen ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da seht ihr, da stehen sie schon. Wir sehen es. Im Dunkeln stehen sie da. Also, die Info war richtig. Erst ab Level 20 im Spiel kann man die Dämmerstern-Quest-Reihe anfangen. Dämmerstern-Besion-Quest-Reihe. Aber... Und wer ist Silus? Was ist das für ein Museum? Silus stammt aus einer der ältesten Familien in Dämmerstern, die eine komplizierte Vergangenheit aufzuweisen hat. Mehrere seiner Vorfahren gehörten zur mystischen Morgenröte, dem Kult, der fast Hamriel zerstörte. Die Beteiligung seiner Familie kam erst weit nach der Krise ans Tageslicht. Aber ihr Ruf war zerstört. Sie wurden zur Ausgestoßenen. Jetzt ist Silus zurück und mit diesem Museum der mystischen Morgenröte versucht er, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Das ist falsch. Die mythische Morgenröte? Wer ist das? Wie ich sehe, seid ihr nicht in Geschichte bewandert. Aber das ist doch gut so. Diese Gruppe sollte man vergessen. Sie zerstörten fast die Welt und wurden aufgehalten. Vor langer Zeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Ja, ich will schon nennen Sie noch, was das ist. Lasst mal sehen. Die Einladung zum Dämmerstein-Museum. Ich stehe direkt schon vor Museum von Dämmerstern und er bringt mir die Notiz oder die Info, dass ich zum Museum von Dämmerstern laufen soll. Das ist natürlich richtig genial. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Unter Bücher finden wir das natürlich wieder. Adoption in Betracht ziehen. In den Zeiten des Krieges und der Zwietracht sind die weißen Himmelsrans die wahren Opfer. Viele haben niemanden mehr an den sie sich wenden könnten und sie erwartet ein Leben voller Schwerstarbeit, Armut und Elend. Wenn ihr in der Lage seid, einem dieser unschuldigen Kinder ein beständiges Heim zu bieten, dann zieht bitte eine Adoption in Betracht. Ob ihr ein Kind von uns adaptiert oder ein anderes aus eurer Nähe, ihr könnt einen gewaltigen Unterschied im Leben eines Kindes ausmachen. Ja, vielleicht können wir uns auch noch eine Tochter holen. Hier das Museumspamphlet. Silus Vesuius präsentiert das Museum der mythischen Morgenröte, eine Geschichte des Kultes, der die Septim-Dynastie stürzte. In seinem höchsteigenen Heim in Dämmerstern, der großartige Hauptstadt von Pale. Freier Eintritt für alle Bürger von Himmelsrand. Genau, und da vorstellen wir jetzt schon direkt und jetzt reden wir ihn mal an, den Silus hier. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Okay, klingt gut. Reden wir drinnen weiter. So, wir haben es übrigens wieder Nacht in Skyrim. Falls der Bild wieder zu dunkel ist, ist es nicht einfach daran, dass hier in Skyrim gerade Nacht ist. Einer meiner Zuschauer hat ja hier geschrieben, dass der Bild leider sehr dunkel ist. Das ist wirklich sehr schade. Ich habe hier eigentlich aber nichts verändert. Es ist einfach nur daran, dass es gerade jetzt Nacht ist hier in Skyrim. Ich habe es sogar mitgekriegt, als wir mit der komischen Tante da gesprochen haben. Es war schon ziemlich drücklich, dunkel, die war kaum zu erkennen. Aber ich kann euch wirklich sagen, es ist vom Spiel aus so. Also ich, nein, tut mir leid. Lauf doch weiter, du Penner. Und ich werde noch schon jetzt eh zu voraus sagen, ich werde, ich werde Silus nicht töten. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Orgenröte ihre Pläne schmiedeten. Die größten Erfolge des Kultes waren die Ermordung der Septim-Dynastie und das Öffnen der Oblivion-Tore. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über geschäftliches reden? Lieber über geschäftliches reden. Ihr habt gerade eine Sache erwähnt, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier. in Himmelsrein. Und ich soll die Verbände jetzt beschaffen, ja? Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten Jorgen weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren... Sehr schön. Dann würde ich sagen... Achso, ein Kurier hat mir dieses Pamphlet gegeben. Hier bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. So. Ähm... Dann lassen wir das... Glück bei der Suche nach... Ah, ja. Die Schwertscheide. Seht ihr die... Der hat Scheide gesagt. Ein Libion-Tor. Ein wichtiges Symbol von Merunes Dagon, dem Daedra der mythischen Morgenröte. Guck mal. Die Kommentare zum Mysterium Zarxis wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Camoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Ja, wie gesagt, ich werde ihn nicht töten. Äh, vor allem, weil er uns auch sehr gut bezahlt und er kann man total gut gebrauchen. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Zarxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagons selbst geschriebenen blasphemischen Buch. Mankar Camoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Ja, erzählt uns hier so ein bisschen was. Diese Roben wurden während der Geheimtreffung der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagons nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Wow. Hat uns ja schon alles erzählt hier. Ja, sind wir alle alles durch hier. Hat uns ja alles erzählt. Von den ganzen Sachen, die hier so sind im Museum. Und wie gesagt, daher und daher uns sehr gut bezahlt, werde ich ihn nicht töten. Ich habe in anderen Spielen durchgegangen, wenn ich diese Quest gemacht habe, ihn ständig platt gemacht. Aber diesmal werde ich diesen komischen Dethra Fürsten da einen Neid entgegen schleunern und mich gegen ihn zu wehr setzen. Dann letzten Endes müssen wir sowieso ab und zu mal gegen Dethra antreten und die haben auch wunderschöne Rüstungen, die ich dann auch noch an mich nehmen werde. Aber erstmal besorgen wir uns hier die, äh, die Klingen, ja, von Dings. Wir sollen jetzt also erstmal, genau, erstmal die, die Sachen hier, äh, besorgen. Ähm, wo fangen wir denn an? Hier haben wir zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel ein Mordtal. Da reisen wir jetzt mal hin und holen den erste Teil am Ende dieser Episode. Vielleicht mag ich auch noch die anderen beiden in dieser Folge mal schauen. Ich glaube, ich habe mit Mordtal sowieso mal ein bisschen Mist gebaut. Ich hoffe, dass es inzwischen nicht mehr relevant ist. Halt. Gerade aus Wetter. Oh, scheint da jemand zu laufen, wie das aussieht. Weil sie außerhalb der Pfeil sich bewegt. Vielleicht ist gerade irgendjemand zu Fuß unterwegs. Jetzt würde mich die wundern. Wenn ihr alchemistisches Zugehör benötigt, werde ich mein Lust es geben, um mich welches zu besorgen. Ja, hier. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles. Verstanden? Ja, deswegen bin ich aber nicht hier. Ich suche nach Teilen von Mirunes Klinge. Ich weiß nicht, wovon er redet, Fremder. Ach komm, tu man hier so. Veselus Veselus ist da anderer Meinung. Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Er hatte wohl recht. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat acht Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Ihr werdet sie also nicht vermissen. Mir ist es egal. Aber meinen Vorfahren nicht. Tut mir leid. Okay, dann wächst das weg. Dann bezahle ich für das Heft. Die Götter wissen, dass die Mühle ein paar neue Schoffelblätter gebrauchen könnte. In Ordnung. Er gehört euch. Hier sind die Schlüssel. Er ist in einer Truhe in meinem Haus. Bis zum nächsten Mal. Na sehr schön. Dann können wir erstmal hier in seine Hütte rin und ihn ordentlich ausrauben. Weil der wird bestimmt einige Gold in seinem Schrank haben. Das holt mich wieder zurück. Das ist, das ist, dafür steht fest. Gold, 3,55. Bitte schön. Hab mein Gold zurückgekriegt. Alle Batch. Hier noch. Schäbige Haube. Nieder der Rückkehrband, was auch immer. Oh, mitgenommen. Wer hat er hier nicht? Der arme Kerl. So, und ich hab mein Gold zurückgekriegt. Danke für die kostenlose, kostenlose Heft der Klinge. Dann, machen wir jetzt weiter. Äh, warte mal kurz. Ich hab hier gerade einen Pfeil zu 4. Es sind noch 3 Pfeile, aber ich hab schon den ersten erledigt von 3. Das heißt, das waren ursprünglich 4. Also, irgendjemand ist hier noch an. Oder? Ach nee, ich muss ja zurück, äh, dann zurück zu Silulus. Genau. Ähm, das waren wir aber noch nicht. Und damit ich jetzt nicht hier durcheinander komme, machen wir die schnellreise. Oh, ihn ist hier entzünden. Eieiei. Das machen wir am Ende. Erstmal, wenn wir alles haben, gehen wir zurück zu Dings. Ich reise mal nach Falkenring und verdaust denn zum nächsten, zum nächsten Teil dieser Klinge. Boah, Junge. Ich hab gerade richtig gut Mittag essen und jetzt noch so ein Energy-Druck hinterher mit viel Kohlensäure. Sehr gesundheitsfördernd, das wissen wir. Nein, du kennst mich nicht. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von ich kann mal trotzdem zu diesem Pfeil, der hier ist, in Markierung setzen. Damit wir schon mal wissen, in welche Richtung wir laufen müssen. Und die Wache erkennt mich nicht. Ich muss mal gucken, wo ich meine Redekürze verbessern kann. Ich würde langsam echt mal Zeit, dass die mich hier mal in Ruhe lassen. Mal gucken, ob wir irgendeinen Weg hier hochfinden. Ich hab jetzt keine Lust, den No-Collision-Sheet anzumachen. Der hat jetzt hier nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Aber manchmal ist es ja so, da rennst du durch die Gegend und hast du plötzlich da taust die vierte Berge im Weg. Na, Füchse, du würdest mich doch nicht einfach angreifen, oder? Aber ich glaube, hier ist einfach richtig. Ah, ja. Okay. Null Problemo. Zack, so. Da die uns jetzt alle feindliche sind, sind. Lassen wir die Spielchen. Okay. Dann komm her und sterb wie ein Mann. Da ist er, ja. Verdammt, du wilder Penner. Bleib stehen. So. Ist ja noch einer. Wo bist du denn? Du warst doch gerade hier. bereit, wenn die ist, zum sterben. So, hier ist noch Ruena. wie man richtig kämpft. Ja, komm ran auf, Meter. Lass uns, lass uns, lass uns mit der Fäuste austragen hier. Aber du willst ja nicht. Du willst dich nicht mit einer Frau schlagen, weil du feige Ratte bist. Ja, aber das schlicht ja keine Frau nicht, wa? So, ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall noch die letzten Teile noch zusammensuchen hier. Oh, ich bin entdeckt. Ach hier, ach er da. Kommt er denn jetzt her? Ich kann es ja an hier sehen. Ah, ich sehe dich doch. No, wo er? Irgendwo da oben? Ah, sei er. Bam. Ah, ja, von der, man sieht ja gerade, von der dänischen Rüstung fehlt mir noch der Helm. Da gegolt bei sich, der, der Affe hier. Ein bisschen nochmal aufpassen, nicht, dass hier noch wieder rum sitzt. Da ist er. Alter, Falter hält ein bisschen was aus. Okay, der ist das, der ist das. Wollte zu sagen, er ist noch unverschwunden. Okay, ähm, er möchte, zeig euch, wozu ein echter Kopf stande ist. Ah, das alte Problem, dass ich gestunt werde, wenn ich, ich kann euch nicht besiehen. Ne, ich kann's doch nicht. Weil ich ein fieses Arschloch bin. Denn du hast nämlich weit, was ich haben will. Schlüssel zur Bruchzahnschatzkammer, jawohl. Und der hat auch Gold bei sich, sehr schön. Äh, steckt das Ziel für sechs Schadenspunkte in Brand. Hm, äh. Und das war da meine Waffen hier, weil er richtig anlegen. Äh, der Bogen. Und die Keyblade. So. Okay, so machen wir mal den nächsten Teil zusammen. Aber ich glaube, ich muss hier, okay, ich muss hier wieder, wieder raus, okay. Wo schickt denn der mich jetzt hin? Schickt der mich hier wieder hin? Will er mich verscheißern? Da komme ich da gerade. So, ja, das kann ich hier noch irgendwo was. Okay, die ganze Zeit wird wohl doch wieder länger dauern, als ihr plant. Also, okay. Dann, ähm, würde ich sagen, ich bin sicher, das dauert jetzt gerade um eine halbe Stunde. Wir werden im nächsten Video weitermachen und, äh, die letzten Teile des, äh, des Messers hier, oder was das hier ist, oder der Klinge, die letzten zwei Teile der Klinge hier auf jeden Fall noch im nächsten Part suchen, weil die wird bestimmt ein bisschen dauern. Ähm, ja, damit danke ich an dieser Stelle für zusehen. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.